Mein Name ist Wolfgang Genieser. Ich wollte Ihnen über eine kleine Ortschaft sprechen. Diese Ortschaft heißt Albir. Es ist eine kleine Küstenortschaft, wo wir eine sehr schöne und grüne Umgebung haben. Wir haben eine sehr schöne Strandpromenade, aber vielleicht, wir haben zwei Vorurteile über alles. Erstmal, wir haben ein hervorragendes Klima. Unser Klima, auch im Winter, sind öfters 14, 16, 20 Grad. Wir sind auch super glücklich hier zu sein. Wir wohnen hier mit unserer Familie, mit zwei kleinen Mädchen, die auch unglaublich glücklich sind, jeden Tag die tolle Sonne genießen zu können. Die Spielplätze hier, den Strand um die Ecke, den Faro, also fantastisch hier zu sein. Im Sommer ist es etwas wärmer, aber wir haben auch einen anderen Vorteil. Wir haben eine enorme ausländische Bevölkerung. In Albir haben wir Deutsche, Belgier, auf jeden Fall Engländer, eine Menge Norweger. Und das bedeutet, dass wir eine Bevölkerung haben, die ständig regulär ist, durch das ganze Jahr. Unsere Restaurants, unsere Terrassen, alles was wir benutzen können und wo wir Spaß haben, ist durch das ganze Jahr offen. Wir haben Leute auf der Straße, wir können uns immer begleiten, wir können begleiten. Auf der Promenade laufen, man fühlt sich nie alleine. Und das unter einem tollen Wetter, unter einer Sonne. Wir können hier alles genießen durchs ganze Jahr. Wenn Sie sich am Ende für diese Ortschaft von Albir entscheiden, wir haben hier ein Maklerbüro. Unser Maklerbüro hat eine enorme Erfahrung. Wir kümmern uns über alles. Die ganzen legalen Vorschriften, seine Steuervorschriften. Was wir machen ist, wir werden sie begleiten in dem Kauf von ihrer Wohnung, von ihrem Eigentum. Und wir kümmern uns über den Rest. Damit alles erforderlich, legal und dass sie nie ein Problem haben. Unsere Kunden reden sehr gut immer von uns.